Schön, dass du wieder auf unserem Optionsweltenkanal vorbeischaust. Auf unserem Kanal widmen wir uns mittwochs meist dem spannenden Finanzmarktwerkzeug der Optionen und sonntags den Themen Aktien und ETFs. Damit wollen wir dir einen Überblick zu den Werkzeugen der Profis geben und schauen, was die Finanzcommunity momentan umtreibt. Wenn du Verbesserungsvorschläge oder auch Themen hast, zu denen du dir mehr Inhalte wünschst, dann hinterlasse doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. In dem heutigen Video wollen wir uns mit dem Vorteil von Stillhaltergeschäften auseinandersetzen und das ist der Zeitwertverfall. Wir wollen dir anhand von Rechenbeispielen zeigen, wie sich der Zeitwertverfall in Abhängigkeit von der sogenannten Money-Neste-Option ändert. Dabei schauen wir vor allem auf die praktische Anwendung dieses Zusammenhangs. Bevor wir aber tiefer in die Materie einsteigen, kommen wir zu Beginn noch einmal darauf zu sprechen, was der Zeitwertverfall eigentlich ist und wo er herkommt und wieso wir als Stillhalter davon eigentlich profitieren. Dir ist sicher bekannt, dass man Optionen an der Börse wie der CBOE, der Chicago Board of Option Exchange, mit Hilfe von speziellen Brokern handeln kann. Dabei gibt es Put- und Call-Optionen. Beim Kauf einer Put-Optionen bekommt man das Recht, den zugrunde liegenden Basiswert wie eine Aktie oder ein ETF zu einem bestimmten Preis, den Strike-Preis, in der Zukunft zu verkaufen. Die Put-Optionen hat dabei eine begrenzte Laufzeit und verfällt am Verfallstag. Bei einer Call-Optionen erwirbt man hingegen mit dem Kauf des Calls das Recht, den zugrunde liegenden Basiswert zu einem festen Preis, nämlich den Strike-Preis der Call-Option, zukünftig zu kaufen. Da die Gegenpartei in beiden Fällen ein Risiko mit dem Geschäft eingeht, nämlich in der Form, dass sie den Basiswert zu einem ungünstigen Preis an den Options-Call-Käufer abgeben oder dem Options-Put-Käufer übernehmen muss, verlangt die Gegenpartei für den Verkauf der Option an den Options-Käufer eine Risikoprämie. Je länger die Restlaufzeit einer Option ist, also je länger der Käufer der Option von seinem Recht Gebrauch machen kann, desto höher ist die Risikoprämie. Oder umgekehrt, je mehr sich die Option ihrem Verfallstag nähert, desto geringer ist die Prämie, die der Options-Käufer zu zahlen hat. Da Optionen jederzeit gekauft und auch wieder verkauft werden können, ändert sich diese Risikoprämie im Verlaufe der Zeit. Und dieser Abfall der Risikoprämie wird als Zeitwertverfall bezeichnet. Der Zeitwert ist am Verfallstag 0. Wir handeln Optionen meist als Stillhalter. Damit sind wir diejenigen, die die Options-Käufer verkaufen. Und so machen wir uns genau diesen Zeitwertverfall zu Nutze. Wir verkaufen Optionen mit einer längeren Laufzeit und damit einer höheren Risikoprämie und kaufen diese Optionen dann wieder zurück, wenn der Zeitwert weitestgehend verfallen ist, also weg ist. Auf diesem Weg profitieren wir vom Zeitwertverfall. Bis hierhin war es etwas theoretisch, aber ein solides Wissensfundament ist Grundlage des Erfolgs beim Optionshandel. Und nun kommen wir zum Kern des Videos. Der Zeitwertverfall einer Option kann nämlich unterschiedlich sein und hängt unter anderem davon ab, wo man den Ausübungspreis, also den Strike, der Option platziert. Wenn du dich schon näher mit der Theorie von Optionen befasst hast, kennst du wahrscheinlich diese exponentiell abfallende Linie, die den Zeitwertverfall von Optionen in Abhängigkeit von der Restlaufzeit darstellt. Aber diese Grafik ist nur die halbe Wahrheit, denn sie gilt im Grunde genommen nur für Optionen, bei denen der Strike am Geld liegt, also nahe des Kurses des Basiswertes. Uns interessiert aber nun nicht, wie die gesamte Kurven bei verschiedenen Strike-Niveaus in Abhängigkeit zum Basiswert aussehen. Stattdessen interessiert uns ganz pragmatisch, wo wir zum Zeitpunkt des Aufsetzen des Trades den stärksten prozentualen Abfall des Zeitwerts sehen. Wenn wir das herausfinden, wissen wir, wo wir eine möglichst hohe, zeitgewichtete Rendite bekommen. Bei dieser Analyse schauen wir uns den Zeitwertverfall von At-the-Money-Option und von Out-of-the-Money-Option anhand eines Beispiels an. Als Basiswert haben wir uns die Microsoft-Aktie ausgesucht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos steht der Kurs der Microsoft-Aktie bei etwa 438 US-Dollar und wir schauen uns nun die Optionsketten bei einem Verfall von 33 Tagen an. Die At-the-Money-Option hat einen Strike von 435 Dollar und der Mitpreis notiert bei 10,40 Dollar. Wenn wir nun auf das Täter der Option schauen, also den Optionsgriechen, der angeht, wie viel die Option pro Tag aufgrund des Zeitwertverfalls an Wert verliert, sehen wir einen Wert von minus 0,145 Dollar. Das heißt, dass der Wert der Option jeden Tag um 0,145 Dollar aufgrund des Zeitwertverlusts an Wert verliert. Wir wählen uns mal aus, wie viel Zeitwert die Option bezogen auf ihren derzeitigen Kurs verliert. Der prozentuale Zeitwertverlust bezogen auf den Wert der Option ist hier 0,14 durch 10,4 gleich 1,39 Prozent. Als Zweites schauen wir uns eine Put-Option an, die aus dem Geld ist. Wir wählen dazu die Option mit einem Delta von 0,26. Das ist der 4,20er Put. Bei einer identischen Restlaufzeit von 33 Tagen notiert dieser bei 5,10 Dollar und hat ein Täter von minus 0,131 Dollar. Hier beträgt der prozentuale Zeitwertverlust bezogen auf den Wert der Optionen schon mehr, nämlich 2,56 Prozent. Wenn wir nun noch weiter aus dem Geld gehen, sagen wir zum Beispiel zu einem Delta von 0,10, was dem 400er Put entspricht, der bei 2 Dollar notiert und ein Täter von minus 0,084 Dollar hat, beträgt der prozentuale Zeitwertverlust bezogen auf den Wert der Optionen schon 4,2 Prozent. Anhand dieses zugegebenermaßen sehr vereinfachten Rechenbeispiels kann man also festhalten, dass der prozentuale Zeitwertverlust bezogen auf den Wert der Optionen schneller ist, wenn man den Strike weiter aus dem Geld fehlt. Umgekehrt heißt das, dass man die Optionen schneller zurückkaufen kann, wenn der Strike weiter aus dem Geld ist. Und wenn man in der Lage ist, die Optionen dann schneller im Gewinn zurückzukaufen, verbessert man auch die zeitgewichtete Rendite des Trades. Wenn man sich mit dem Zeitwertverfall von Out-of-the-Money-Optionen in Abhängigkeit von der Restlaufzeit einschaut, dann sieht der Zeitwertverfall auch deutlich anders aus als bei At-the-Money-Optionen. Hier hat man einen starken Wertverlust, gerade am Anfang, der mit abnehmender Restlaufzeit weiter abnimmt. Das ist auch der Grund, warum man bei weiter aus dem Geld liegenden Optionen und einem prozentualen Profit-Target zwischen 60 bis 80 Prozent schneller den Gewinn realisieren kann als bei einer At-the-Money-Option. Dafür nimmt man natürlich absolut betrachtet weniger Prämie ein, da ja das Risiko für den Käufer der Optionen geringer ist, wenn der Strike der Optionen weiter aus dem Geld, also weg von dem aktuellen Kurs des Basiswertes ist. Selter der Optionen ist also kleiner. Es ist damit immer eine Abwägung, die man hier treffen muss, zwischen einerseits der Zeitgewichteten und andererseits der absoluten Rendite. Schauen wir uns als zweites die Abhängigkeit des Zeitwertverfalls von der Restlaufzeit an. Dazu vergleichen wir den prozentualen Zeitwertverlust der At-the-Money-Optionen bei verschiedenen Restlaufzeiten. Zu der At-the-Money-Optionen mit Verfall in 33 Tagen hatten wir bereits den gemittelten relativen täglichen Zeitwertverfall von 1,39 Prozent ermittelt. Gehen wir nun auf einen anderen Verfallstag beim gleichen Basiswert, und zwar auf den Verfall in 12 Tagen. Hier notiert die 435er-Foot-Optionen bei 5,30 Dollar und hat einen Theta von minus 0,217. Damit ergibt sich ein prozentualer Zeitwertverfall von 4,1 Prozent. Der prozentuale Zeitwertverfall ist also bei Optionen mit weniger Restlaufzeit deutlich höher. Dagegen liegt der Preis der 435er-Poot-Optionen mit Verfall in 90 Tagen bei 18,4 Dollar und einem Theta von minus 0,086 Dollar, also 0,47 Prozent und damit deutlich niedriger. Je länger die Optionslaufzeit ist, desto geringer ist der prozentuale Wertverlust in der Option. So wie es auch im Lehrbuch beschrieben wird. Kommen wir nun zu einem Fazit. Wenn man einen möglichst schnellen prozentualen Zeitwertverfall in der Option möchte, sollte man sich also eher eine kürzere Restlaufzeit aussuchen und einen Strike suchen, der weiter aus dem Geld ist. Letztendlich ist aber der prozentuale Zeitwertverfall nur ein Parameter, den man bei der Trade-Auswahl berücksichtigen sollte. Denn gerade wenn man sehr kurzlaufende Optionen wählt, kann man im Falle eines Volatilitätsanstiegs aufgrund des Gamma-Risikos schnell unter die Räder kommen. Wir bevorzugen den Handel von verschiedenen Strategien mit verschiedenen Restlaufzeiten und verschiedenen Deltas, um auch hier eine Diversifikation ins Portfolio zu bekommen. Die Betrachtung bringt etwas Licht in dieses breite Feld des Zeitwertverfalls von At-the-Money und Out-of-the-Money-Optionen. Wenn du Fragen hast, hinterlasse doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Beim Handeln wünschen wir dir alles Gute, dein Optionswertenteam.